ARD Text im Auftrag von Funk Sag mal, wieso sitzt du auf dem Schwimmring? Er hat den Urinen. Was ist das? Das ist eine Sportverletzung. Was machst du nur da? Du hast gesagt, die soll ihn desinfizieren. Den Rasier, du Eule. Lieber Mött, verkehrt mir. Andreas, meine Eier klemmen fest in der Bank. Wenn Sie reingehen, gehen Sie auch irgendwie wieder raus. Nein, gehen Sie nicht. Sie sind angeschwollen. Das geht jetzt so dumm. Nicht so ziehen. Nicht so ziehen. Hallo? Mann, wir haben hier ein kleines Problem. Sehen Sie das nicht? Seine Eier stecken in der Bank fest. Kommen Sie, gucken Sie selber mal. Auf gar keinen Fall. Kommen Sie, gucken Sie selber mal.